Allah, der die Bibel mit der Wahrheit herabgesandt hat und auch die Waage. Woher willst du es wissen? Vielleicht steht die Stunde nahe bevor. Deine Augen erstarren und dein Verstand setzt aus. Der Moment der Entscheidung. Nichts war so unerträglich wie dieser Augenblick. Und nichts hatte gewaltigere Folgen. Dies ist der Moment, wenn du vor Al-Misan stehst. Du bist nackt, umgeben von einer weiten Ebene. Doch um dich herum stehen so viele Menschen, so eng aneinander, dass ihr wie Pfeile in einem Köcher seid. Hast du schon mal zwölf Stunden gestanden? Warst du schon mal am Strand, während der Sand durch die Hitze brennt? Am Tage der Demütigung, am Tage der Erhebung wirst du 50.000 Jahre stehen und die Sonne wird der Erde nahegebracht. Ein unerträglicher Zustand. Dann, wenn du keine Kraft mehr hast und alle Grenzen überschritten wurden, ist es soweit. Die Waage wird aufgestellt und das Gericht beginnt. Die Anspannung in diesem Moment ist mit nichts zu vergleichen. Wie ist mein Ende? Jannah oder Jahannah? Du vergisst deine Familie, deine Freunde. Du hast Angst, dass die Sache, von der du nicht ablassen konntest, von der du wusstest, dass sie schlecht ist, nur dein Verderben bedeutet. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr einen Fehler gemacht habt und hofft, dass keiner euch darauf anspricht? Jeder kleine Fehler fällt euch wieder ein und jeder könnte dein Verderben bedeuten. Wie sieht es dann mit unseren großen Fehlern aus? Du bist erfüllt von Trauer und Verzweiflung und du hoffst dennoch, dass die guten Taten schwerer wiegen. Dich interessiert nur eins, ob sich die Seite der guten Taten oder die der schlechten Taten senkt. Dann wird derjenige, dessen Waage schwer ist, ein angenehmes Leben genießen. Jene aber, dessen Waage leicht ist, Al-Hawiyah wird seine Mutter sein. Doch wie kannst du wissen, was Al-Hawiyah bedeutet? Ein rasendes Feuer. Vielleicht ist es diese eine Sache, die du nicht loslassen konntest. Diese eine Sache, von der du dachtest, Allah vergibt sie mir schon und deswegen trotzdem gemacht hast, die bei Allah subhanahu wa ta'ala aber so schwer ist, dass du zu den Verlierern gehörst. Dieser eine Junge, dem du geschrieben hast, dieses eine Mädchen, dem du geschrieben hast, dass du dein Gebet vernachlässigt hast, weil du ja ein gutes Herz hast. Allah verlangt von dir mehr als nur schöne Worte. Genauso ist es vielleicht eine Sache, die so klein und unbedeutend für dich war, aber die mit absoluter Aufrichtigkeit gemacht wurde. Und deswegen bei Allah so schwer ist wie ein Berg, weshalb du zu den Gewinnern gehörst. Ein Gebet in der Nacht mit voller Demut, eine Träne der Reue in Einsamkeit, eine Sorge, die du deinen Geschwistern abnimmst oder die Fürsorge, die du deinen Eltern entgegengebracht hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala wendet sich zu dir und macht diese Tat auf der Waage schwer, sodass er dich mit dem Paradies belohnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, deren gute Taten bei dem Erhabenen schwerwiegen und unsere Fehler vergeben und uns zum Guten recht leiten. Amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen.